Willkommen zur ersten Buchzusammenfassung. Keine Panik vor Statistik. Erfolg und Spaß im Horrorfach nicht-technischer Studiengänge. Von den Autoren Markus Österreich und Oliver Romberg. Rein statistisch gesehen hat nämlich auf diesem Planeten nur jeder 1.242.742. Ein Statistikbuch ganz und gerne gelesen und weniger als jeder 6.5 Milliardste hat ein solches Buch wirklich verstanden. Dieses Buch und die Videos die noch folgen sind ganz klar ausgelegt für Nicht-Mathematiker. Also egal ob du Rudolf das Rentier, eine Mumie, der Nikolaus, der Lebkuchenmann oder eine Werwölfin bist. Leute, Statistik kann witzig sein, glaubt mir. Statistik wird mit Mathematik in Verbindung gebracht. Entschuldigung, immer wenn ich den Begriff Mathematik höre, muss ich automatisch kennen, da es einfach langweilig und trocken in der Schule vermittelt wurde. Aber ich versuche diese negativ langweilige Verknüpfung in eurem Gehirn zu revidieren. Mithilfe meiner Videos könnt ihr die Statistik endlich besiegen und der Statistik die Stirn bieten. Wuhuuu, yes man! Denn wir wollen alle nicht aus dem Studium, egal ob A wie Abenteuer, Pädagogik, P wie Psychologie oder Z wie Zytologie ausscheiden. Nur wegen dieser gottverdammten Statistik. Die Mathematiker finden es sogar spannend. Sie nehmen laut statistischer Umfragen im Taxi meist hinten Platz. Typisch. Kommen wir zu ein paar einfachen Beispielen. Warum brauchen wir denn überhaupt Statistik? Naja, stellt euch vor, ihr besucht ein Baseballspiel und niemand hält fest, wie es gerade steht. Das wäre sicherlich für ein paar Minuten aufgrund der Aktionen und Dynamik des Spiels spannend. Aber überlegt euch mal, was wäre, wenn es all das Drama über das Gewinnen und das Verlieren nicht gäbe. Langweilig, oder? Ohne Statistik könnten wir Sportereignisse nicht in vollem Maße genießen. Ein paar weitere Beispiele. Schon beim Lesen einer normalen Tageszeitung werden wir mit einer Unmengen von Statistiken überhäuft. Im letzten Jahr tranken die Schweißer statistisch gesehen 1141 Tassen Kaffee pro Kopf. Da wird man ja gleich hyperaktiv. Die durchschnittliche BH-Größe in den USA ist heute 36C und war vor 10 Jahren 34B. Männer, konzentriert euch und bleibt beim Video und geht jetzt nicht auf eine andere Webseite. Das könnt ihr nachher machen. 75% der Frauen tragen die falsche BH-Größe. 3 von 4 Personen haben Schweizer Noten im Portemonnaie in aufsteigender Reihenfolge einsortiert. 58% haben sich schon mal auf der Arbeit krank gemeldet, wenn sie es gar nicht waren. Wenn niemand in der Nähe ist, trinken 37% direkt aus dem Tetra Pak. 4 von 5 Personen singen im Auto. 98% können ihren Ellbogen nicht mit der Nasenspitze berühren. 99,5% haben es gerade eben versucht. 0,5% denken noch darüber nach. Fangt ihr an eine Idee davon zu bekommen, wie wichtig Statistik ist? Wir sind von Statistik umgeben. So, das war's von mir heute. Das nächste Video ist schon in Arbeit. 70% haben das Video nicht bis hier geschaut. Ihr seid überdurchschnittlich. Leute, abonnieren, kommentieren und Daumen nach oben. Bis dann!